Willkommen zu den Auswertungen des Halbfinales vom Dark Showdown Fathona Turnier. Diesmal geht es nur um zwei Battles. Chan Chidori vs. Marco 103 und Hidenki vs. Magdem. Beginnen wir einfach ohne Umschweife. Zunächst die einzelnen Jury-Votes beim Battle Chan Chidori vs. Marco 103. Yavi fand Chans Musikauswahl gut, da es die Stimmung unterstreicht, die sie rüberbringen will. Das Schauspiel von Chan fand die ganze in Ordnung, allerdings für ihren Geschmack viel zu übertrieben. Das kann sie ihr nicht ganz abkaufen und es wirkt gespielt. Bei Marco fand Yavi, dass die Musikauswahl teils fragwürdig war, aber ihr persönlich trotzdem gefällt. Er hat weniger geschauspielert als Chan, dafür allerdings hat er es im Allgemeinen besser rübergebracht und auch glaubwürdiger. Am Ende war bei ihm die Verzweiflung hörbar, was bei Chan nicht der Fall war, was Yavi-Ching gut fand. Ihre Stimme geht an Marco. So, eine schwere Entscheidung, was für ein Glück. Ähm, zuallererst möchte ich anmerken, was vielleicht das Offensichtlichste ist zum Anmerken, was schon tausendmal angemerkt wurde, dass beide auf der Verrücktheitsschiene so ein bisschen gefahren sind. Wobei das Chan wirklich, das muss man sagen, konstant durchgezogen hat, bis zum Ende in der Rolle geblieben ist. Währenddem Marco am Anfang irgendwie dramatisch wirkte, dann ein Stimmungsbruch kam mit der Musik, dann war er verrückt. Und dann am Ende nochmal traurig wurde. Also, mir persönlich hat dieser Stimmungsbruch jeweils nicht besonders gefallen. Wobei die Musik bei weitem nicht schlecht war. Es war einfach, es hat bei mir nicht wirklich gepasst. Das kann bei anderen aber vielleicht anders gewesen sein, die könnten es toll finden, aber bei mir war es einfach meh. Ähm, von dem her würde meine Stimme an Chan gehen, auch wenn ihre Musik vielleicht in meinen Ohren, vielleicht ist es bei anderen anders, die Musik bei ihr ein bisschen zu laut war im Gegensatz zu ihrer Stimme. Aber generell geht meine Stimme an Chan. Kommen wir nun zu meiner Bewertung. Chan hat eine Musik gewählt, die ich relativ gut passend finde. Nicht unbedingt sehr herausragend, aber passend. Dafür wählt Marco ein Musikstück, was nicht ganz im Vordergrund steht wie bei Chan, und etwas die Atmosphäre unterstützt. Beide wählten eine verrückte Interpretation der Geschichte. Chan hat sehr mit verschiedenen Stimmhöhen gespielt und dies durchgehend durchgehalten, was auf die Dauer nicht ganz so gut passend ist wie die Version von Marco. So nimmt er einen aggressiveren Ton, der eher dem Wahnsinn nah scheint, und am Ende, von meiner Sicht aus, gut nochmal von der Stimmung umschlägt, was ich keinesfalls schlecht fand. Meine Stimme geht somit an Marco. So, meine Stimme zu Marco103 und Chan Chidori. Ich muss sagen, ich fand beide unfassbar gut. Also, großes Lob sowohl an Chan Chidori als auch an Marco103. Und die Entscheidung, die ich jetzt treffe, ist sehr knapp, und ich treffe sie aufgrund der Musik. Die Musikauswahl war von beiden sehr gut, allerdings fand ich sie bei Chan einfach einen Tick zu laut. Und das ist die einzige Sache, die mich irgendwie an diesem Battle gestört hat. Deswegen geht meine Stimme sehr knapp an Marco103. Wie schon angemerkt wurde, haben sowohl Marco als auch Chan versucht, die ganze Geschichte wahnsinnig darzustellen. Teilweise war dies auch passend, also auch in der Interpretation der Geschichte. Aber bis zu gewissen Punkten war es zum Beispiel bei Chan stark übertrieben und es fehlte mir etwas, das verzweifelte. Bei Marco hat mir gefallen, dass am Ende noch die Verzweiflung durchkam. Allerdings haben mir auch ein paar Teile bei ihm nicht gefallen. Der beiläufige Ton teilweise, wie zum Beispiel mein ganzes Leben lang. Letztendlich fand ich beide Musikuntermalungen passend. Um es kurz zu machen, ich enthalte mich, da ich beide ziemlich ausgeglichen finde. Wo Chan es teilweise übertrieben oder unpassend gemacht hat, klang Marco teilweise vielleicht zu beiläufig etc. Enthaltung. Nun zu meiner Bewertung bei Chan gegen Marco. Ich finde, Chan hat eine sehr verrückte Musik gewählt und eine verrückte Stimme mit einer verrückten Stimme vorgelesen. Und das ist insgesamt ein sehr gutes Gesamtbild und ich habe mir das ganz oft hintereinander angehört und ich habe einfach nichts Negatives bei der Runde gefunden. Das gleiche gilt bei Marco. Marco hat ebenfalls eine verrückte Musik gewählt, sehr verrückt gesprochen und teilweise recht aggressiv, beziehungsweise am Anfang recht aggressiv und gegen Ende dann ziemlich traurig. Und den Musikwechsel fand ich passend von gruselig zu verrückt zu traurig am Ende. Und das hat mir auch ein bisschen die Entscheidung erleichtert. Allerdings fand ich es trotzdem sehr schwer, hier eine Entscheidung zu fällen, weil Chan hat so gut wie alles richtig gemacht und genauso wie Marco. Allerdings war der Musikwechsel bei Marco positiv in die Bewertung einzufließen. Ich würde mich normalerweise enthalten, aber das Ende bei Marco hat mir wirklich extrem gut gefallen. Dieser nochmalige Musikwechsel und dieses traurige, diese schauspielerischen Fähigkeiten, die Marco nochmal unter Beweis gestellt hat. Und damit geht meine Stimme an Marco103. Also hat Chan insgesamt einen Punkt von der Jury bekommen und Marco vier. Insgesamt haben fünf Zuschauer für Chan gestimmt und neun für Marco. Also hat Chan einen User-Vote-Punkt und Marco drei Stück. Insgesamt steht es also 2 zu 7 für Marco, womit er eine Runde weiter ist. Nun die Bewertungen zum Battle Hidenki vs. Magdem. Javijin fand Mags Musikauswahl wunderbar. Anfangs war es richtig schön nostalgisch, was den Knackpunkt am Ende umso besser hervorhebt. Bei Hidenki fand sie die Musik eher mittelmäßig, wäre an sich bestimmt gut, stinkt allerdings gegen die von Mag ab. Sie findet auch, dass Hidenki etwas zu schnell spricht und etwas emotionslos. Ihr fehlt bei Hidenki etwas die Nostalgie, die bei Mag so schön zu hören war. Punkt an Mag. So, beim Battle zwischen Magdem gegen Hidenki, muss ich ganz ehrlich sagen, fiel mir die Entscheidung nicht wirklich sehr schwer, da Magdem, für meine Verhältnisse, die Emotionen sehr viel besser rübergebracht hat im Vergleich zu Hidenki. Magdem war am Anfang wirklich entspannt mit der Musik auch sehr im Einklang und hat dann gegen Ende zwar diesen kleinen Stimmungsbruch, was eigentlich auch Sinn der Geschichte war, war, da kam mir etwas zu früh, aber darüber kann man streiten, währenddem bei Hidenki es generell eher auf eine, sagen wir mal, aggressive oder mystische Version abgezielt hat und er auch wirklich zu schnell gesprochen hat. Das ist ein relativ großer Kritikpunkt an dieser Front. Von dem her würde meine Stimme jetzt an Magdem gehen. Magdem vs. Hidenki. Ein wunderbares Battle. Großartige Arbeit von euch beiden. Großes Lob vor allem an Hidenki, denn Hidenki ist noch nicht lange dabei und für die kurze Zeit, die er dabei ist, hat er so etwas Großartiges abgeliefert. Das ist schon sehr bemerkenswert. Auch an Magdem, großes Lob, natürlich hast du etwas mehr Erfahrung, aber auch deine steht Hidenki. Es sind nichts nach und ich fand beide sehr gut und ich muss sagen, ich finde bei beiden, bei der Nachbearbeitung habe ich bei beiden so ein bisschen, hätte man ein bisschen mehr machen können, allerdings war es auf beiden Seiten der Fall. Deswegen muss ich sagen, dass sonst fand ich es perfekt. Wunderbare Musikauswahl, sehr schöne Betonung, deswegen gibt es von mir eine Enthaltung. Auf jeden Fall vielen Dank für dieses großartige Battle. Wieder eine knappe Sache. Vorher gesagt, ich fand beide gut, allerdings beide nicht perfekt. Ich gehe mal nacheinander auf beide ein. Hidenki hat wie gewohnt eine gute Erzählstimme, welcher man sehr gut zuhören kann. Genauso Magdem. Allerdings fand ich, dass Hidenki stellenweise zu schnell geredet hat, sodass die Gefühle und das ganze Feeling nicht so recht rüberkamen, also etwas runtergerattert. Bei Magdem war das Gegenteil der Fall. Er hatte für meinen Geschmack teilweise einen etwas zu überschwänglichen Erzählerton. Jedoch kam das Feeling so besser rüber als bei Hidenki, auch wenn es etwas zu übertrieben erzählerhaft für meinen Geschmack klang. Bei Mag fand ich die erste Musik perfekt gewählt, perfekt zur Geschichte passend. Der Umschwung zum zweiten Stück war jedoch zu plötzlich, fand ich. Hidenkis erste Musik hat mir zwar gefallen, aber nicht so gut wie Mags. Dafür fand ich seinen Musikumbruch wesentlich besser gelöst und die zweite Musik auch passender. Insgesamt ist es also ziemlich ausgeglichen. Aber wegen besserem Sprachtempo und besserem rüberbringen der Atmosphäre bekommt Mag meinen Punkt. Und nun zu Magdem gegen Hidenki. Ich finde, Magdem hat eine sehr ruhige und schöne Musik gewählt am Anfang. Er hat eine angenehme bassige Stimme, beziehungsweise ist zu einer angenehmen und bassigen Stimme bearbeitet. Und was andere als Emotionsloses vorlesen, betiteln, betitel ich als in der Creepypasta passende Gleichgültigkeit. Und rechne das einfach mal positiv an. Und ja, dieses Emotionslose, beziehungsweise Gleichgültige passt zur Pasta. Hidenki hat ebenfalls eine ruhige, schöne Musik gewählt. Hat auch die Musik gewechselt, glaube ich. Und hat ebenfalls eine angenehme bassige Stimme. Was bei Hidenki zu bemängeln ist, dass er ein wenig zu schnell vorgelesen hat. Und ja, auch in diesem Battle ist es wieder sehr schwer, sich zu entscheiden. Hidenki hat eine angenehme Stimme und passende Musik gewählt, genauso wie Magdem. Allerdings hat Hidenki halt ein wenig zu schnell gelesen. Und da ich im Halbfinale wirklich jede Kleinigkeit beachten will und mich nicht enthalten will, gebe ich meinen Punkt an Magdem. Von den Usern hat Hidenki drei Stimmen bekommen und Mag neun. Also steht es auch hier eins zu drei. Mag bekommt drei und Hidenki einen. Insgesamt steht es also eins zu sieben, womit Mag weiter ist. Im Finale werden also Marco 103 gegen Magdem antreten. Kleine Anmerkung für die Zuschauer. Beim Finale gelten nur noch User-Stimmen, die mindestens eine Begründung enthalten. Zum Beispiel, ich fand Erhörnie besser als Astena, weil er eine bessere Musik gewählt hat. Oder so ähnlich. Damit werden keine Stimmen mehr gewertet, die nur einen Namen enthalten und mehr nicht. Also bis nächste Woche zum Finale des Dark Showdown-Vertona-Turniers.